In dieser Zugstrecke daheim ist er nur unter einer Bedingung genehmigt worden. Wir haben damals mal das wahr, wie gesagt, die genehmigt werden. Nur unter der Bedingung, dass Neu, Wind und Westheim und Unterbrilltheim bedient wird Salamander und Daimler die Personenzucht. Und wenn sie das nicht genehmigt wird, wird der Töne führen, keine Umgeschichte. Und wenn sie so viele Gerüchte einerseits verspricht, und das ist die Daten, die von der anderen, weil ich schütteln kann, und das ist die Wache. Sobald wir das ausprobieren lassen. Wuuu! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020